Hallo und herzlich willkommen bei Sorego.ca. Heute möchte ich euch ein Produkt vorstellen, das ich bisher noch kein Video darüber gemacht habe. Und zwar ist das die Unimouse. Es ist eine ergonomische Computermaus, die es sowohl für rechts als auch für links Händler gibt. Sie gibt es in Wireless-Technologie, funktioniert für Mac und für PC gleichermassen. Und ich finde es eine tolle, spezielle Maus, weil sie so viele Bedürfnisse erfüllt, und dass ich die mal ein bisschen genauer vorstellen möchte. Also, zum ersten Mal liegt sie schön sauber in der Hand drin. Ich kann diese in der Höhe oder im Winkel verstellen, von 35 Grad bis zu 70 Grad. Das heisst, je nachdem, wie offen ich den Winkel im Handgelenk haben möchte und dass Elle und Speiche nicht verdreht werden, kann ich das entsprechend einschalten. Je gerader meine Hand ist, sprich so, desto weniger sind Elle und Speiche verdreht. Das heisst, desto weniger habe ich das Risiko, dass allenfalls Seelenscheinentzündung oder Handgelenksprobleme auftauchen, bei intensiver Computerarbeit. Ich kann es natürlich auch anpassen. Vielleicht am Anfang ist es eher angenehm, wenn man von einer klassischen Maus wechselt, auf so eine Unimaus, auf eine ergonomische Maus, dass man den Winkel nicht gleich zu steil macht, weil sonst ist der Wechsel wahrscheinlich ein bisschen zu extrem. Die Maus kommt mit den klassischen Tastaturen oder Tasten. Links drücken, Scrollrad, rechts drücken. Zusätzlich hat sie noch eine mittlere Taste, die man programmieren kann, auf irgendeine Funktion, die man möchte. Sie hat einen Scrollspeed-Adjuster sozusagen. Also man kann mit diesem Knopf hier vorne die Zeigerbewegung einstellen. Es hat zehn verschiedene Stufen, wie schnell das geht. Dann habe ich hier die Vor- und Zurück-Taste, die es bei vielen Computermäusen mittlerweile gibt, separat integriert. Und ich kann es natürlich ein- und ausschalten. Und was ich ganz speziell toll finde, neben dem Winkel, den man einstellen kann, ich habe hier eine Auflage für den Daumen. Und der lässt sich nicht nur drehen oder anpassen, sondern auch vor- und zurückschieben, im Winkel anpassen. Je nachdem, wie ich die Position haben möchte meines Daumens. Dass ich mir wirklich eine entspannte Position angewöhnen kann und dann mit der Maus so arbeite, wie das für mich dann stimmt. Ein tolles Produkt. Wirklich funktioniert sehr gut. Ist bei uns auf Solergo im Shop erhältlich. Finde ich ein wirklich ausgezeichnetes, ergonomisches Produkt, das wirklich vieles Einsatzgebiet findet. Wie gesagt, für PC und für Mac verfügbar, für Links- und für Rechtshänder tauglich. Probiert es aus. Schaut es euch mal an im Online-Shop auf solergo.ca. Ich würde mich freuen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten einfach ganz gerne in die Kommentare. Das war's. Bis zum nächsten Mal.